Ich geh kurz kotzen, bis gleich. Ich geh kurz kotzen. Wo ist Sola jetzt hin? Kann Sola bitte swoppen? Oh, Sola. Nimm mal schon mal Jynx-Ruhen rein, Piers. Wir dürfen nicht mehr swoppen, actually. Du musst jetzt AD Carry spielen, Piers. Nimm AD Carry-Ruhen. Nee, ich will Sola nicht auf Leblanc sehen. Doch, wir müssen. Nimm AD Carry-Ruhen, wir müssen. Sonst sind wir disqualifiziert. Wir können einfach ihn gleich auf allen sozialen Medien blocken und reporten dafür. Oh, oh. Mensch, Sola, na, grüß dich. Bist du wieder da? Geht's dir gut? Das ist doch.